Cheesums! Äh... Okay, wir haben kein Auto-Aim, das heißt, ähm... Normale Waffen funktionieren hier nicht. Hier ist was, das hätte ich gerne. Shit. Ähm... Wir haben auch keinen Lichtschalter hier. Ich dachte, dass das eventuell helfen könnte. Hm. Aber da wir kein Auto-Aim haben, gehe ich davon aus, dass wir das Ding nicht killen können. Ich nehme mal, ähm... Charm. Ah, Charm of Saving. Ah! Okay, das funktioniert schon mal nicht. Das ist gut zu wissen. Moment. Ich mache mal kurz Quit-Game und dann loade ich nochmal, weil... Das war ein Versuch. Okay. Okay, das hat hier gesaved, alles klar. So. Okay, das ist auf Limits. Vorerst. Ähm... Reload. Okay. Okay, jetzt wissen wir auch, wo wir sind. Also Lobby connected quasi die komplette Mansion, so wie es aussieht. Sealed up. Dann wird wahrscheinlich ein Key auch nicht funktionieren, aber einfach nur, um auf die Nummer sicher zu gehen. Oder... Nee. Gut. Soundeffekte. Ein empty cabinet. Oh, really? Nee, pushen können wir es auch nicht. Ah. Bust of Richard Morton. Wäre das sein können. Okay. Oh. War das ein One-Time-Use? Ja, okay. Was war das nicht dann? Ich glaube, das war Waste of Bullets. Ich wollte sehen, ob das... Es hat zurückgeschreckt. Immer wieder. Aber... Als ich das nicht angemacht habe, ist es komplett draufgegangen. Also, ich glaube, die funktionieren alle unterschiedlich. Eden, Shaw and I. Nein. Ich werde mal die... Die... Dinger hier skippen. Und, äh... Ich hoffe mal, dass das alles saved. Wenn nicht, dann mache ich eine... Dann mache ich eine... Ähm... Ein einzelnen Part. Wenn diese... Wenn Cornry vorbei ist. Und dann gehen wir jedes einzelne durch. Weil ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn dann, wenn ich so ein Let's Read quasi dann mache. Von den einzelnen Sachen. Und ich glaube, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann bekommen wir das ja direkt in roter Schrift. Das heißt, das wird uns auch nochmal gehighlighted. Also, von daher, äh... Verlieren wir da auch nichts. Half of a photograph. 1 0 4... 8 4 oder 4 8 habe ich da gerade noch gesehen. Okay. Auch diejenigen, die es jetzt natürlich schon lesen wollen, die können gerne natürlich, äh... Pause drücken. Achso, das war das. Okay. Nein. Fuck. Aber das war dann wieder ein komplett anderes, ähm... Eine komplett andere Kreatur, die wir gerade gesehen haben. Large Ornid Key und Charm of Saving. Hello Dolly. Phosphorus Charges. Fuck yeah. Und da oben habe ich noch ein Item gesehen. Hier. Ne? Oder war das das, was ich gerade mitgenommen habe? Kann auch sein. Dass es irgendwie einfach ein Glitch war wieder. Anscheinend schon mal. Ich glaube, sonst hätte es wieder geglowt. Neudeutsch. Okay. Jetzt haben wir hier anscheinend nichts. Okay, wir haben einen weiteren Key. Und ein halbes Foto. So. Schauen, dass ich hier an keinen Türen vorbei laufe. Zwei Stück haben wir noch nicht gecheckt. Die müssten dann auf der Seite wahrscheinlich sein. Äh, genau hier. Ja. First Aid. Thank you. A gunwreck empty. There was enough to arm a garrison. Ich meine, wir haben drei Waffen mittlerweile. Das sollte eigentlich ganz okay sein. A book concerning the conception of the library. Wow. Wow. Wow, dude. Jesus Christ. Okay. Das war gut. Das war richtig gut. Holy ballsack. Das Game ist sick. Jesus. Ah, das ist ein Charme of saving. Nee, das ist, das ist ne Lampe. Nevermind. Holy ballsack. Das Game hat's drauf. Fuck. Draw is locked. Oh. Nee? Nee? Crowbar? Nee? Ein halbes Foto vielleicht? Okay. Wie gesagt, das gehen wir alles dann am Ende des Playthroughs durch. Also brauchen wir irgendeinen Key, um den, um die Schublade da zu öffnen. Da wird wahrscheinlich irgendein Key-Item wieder drin sein. Mit nem Key kriegen wir ein Key-Item. A strange broken down projector, but who could have invented such machines? Satan? Oh, Moment. Hier ist noch was. Aber... Sobald wir darauf zulaufen, haben wir den View, also, dass wohl keine Bewandten es haben. Ich muss sagen, es sind Tank-Controls, aber... Ihr merkt das vielleicht schon, das ist um einiges flüssiger, als es in Resident Evil der Fall war. Man hat irgendwie viel mehr Kontrolle über... den guten... über den guten Edward. Scissorhands. Incorporated. Ähm... Oh Gott! Mein Gott! Und die Jumpscares sind auch on point. Moment, das war hier. Genau. Ich muss mal schauen, ob ich hier noch... Ah ja, hier war das, äh... Hier war Plan 47. 69. Fuck you! Piece of shit. Pizza. Wiederhin fucking caution. Little shit. Ähm, Moment. Ich geh mal Richtung... Ich muss ja fünfmal ausschalten. Leap! Okay! Ist aber gar nicht so leap! Oh fuck. Ah shit. Okay. Dip and dodge. Äh... Moment. Das war hier lang, genau. Stress. Ich dachte, das wäre ja Resident Evil Prinzip, dass man halt mit einem Health Kit... Das werde ich auch mehrfach wahrscheinlich vergessen, dass man sich mit einem Health Kit komplett heilt. Nee, 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 nee. Deswegen sag ich ja, das gäbe ist ein bisschen knausrig. Damit habe ich so das Gefühl. Und, naja, ammo-technisch wird's, sieht's auch langsam gar nicht mehr so gut aus. Genau, schauen wir mal mit dem Key... Jetzt eventuell... Da hinten reinkommen, auch wenn ich nicht wirklich Bock drauf hab. Das klingt illegal. Shit. Kein Lichtschalter da. Okay, das sind Gegner hier. Man kann übrigens nicht rennen. Äh, in Gunstance. Okay, das machen wir schon. Okay, das machen wir schon. Sobald ist der Titel... äh, Titel-Theme. So gut. So, hier haben wir sonst nichts. Ach Gott. Phosphorus Cartridges, Magnesium. Ah, wir können auch selber Auto-Aiming. Nice. Yes. Okay. Shit. Nicht mitgerechnet. Shit. Shit. Aber gut, die machen nicht viel Damage. A candle. Äh... Ne, da haben wir nichts für, leider. Shit. What the fuck? Fuck you. Ja, wir sind immer noch im Feind, also von daher... Minor Inconvenience, wie man im Neudeutsch-System sagt. Sealed up. War aber nicht sicher vor uns. Doch. Schade. Wir können doch einfach die Crowbar nehmen und jedes... Da geht's ja wirklich hoch. Und jedes, ähm... Jede Tür einfach einschlagen. War auch eine Möglichkeit. Einfach als Meme versuche ich einfach mal die Crowbar weiter in den Türen. Kann ja sein, dass es irgendwann... Wieso irgendwann funktioniert. Okay, Panikraum haben wir als nächstes. Ähm... Shit! das Ding geht nicht kaputt. Light... Oh, okay für die Candle. Good, 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 good. Wir haben jetzt gerade Mega-Bullets gewastet. Also wir brauchen... Okay, ich verstehe es jetzt. Wenn es dieselben Dinger ist, die wir vorher auch hatten, sieht zumindest stark danach aus, die nehmen nur Damage, wenn sie im Licht sind. Wenn es dunkel ist, nehmen die keinen Damage. China ist lernfähig. Bist du Dex and Guy to respawn? Eventuell. Oder ist das, was ich am Leben gelassen habe? Er hat sich ein bisschen ausgetobt hier. Light it up. Hallo? Eine Kampel. Ja, Junge. Eine Kampel kommt von dieser Partition. Okay. Ah. Gotcha. Bitch. Nicht schon mit den Dreckstinger. Fuck. Oh mein Gott. Ah, Licht. Okay. Get fucked, cunt. Okay. That's for John Lennon, you Yankee fucking cunt. In Bruges. Und da schließen sich ja extrem viele neue Wege. Langsam verliere ich ein bisschen den Überblick, aber... Da kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube, das ist der Starting Point von Eileen. Du bist zurück. Zurück? Wer bist du? Wer bist du? Der Name ist Carnaby. Edward Carnaby. Und ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist nicht zu mir. Du bist hier für etwas anderes. Bist du mit der junge Frau? Aline? Du kennst, wo sie ist? Oh, sie ist wahrscheinlich tot jetzt tot. Du kennst, Herr Carnaby? Von allen, die auf der Eiland setzten, kaum wurde weg. Obed sagte mir, dass er zu einem Mann gesprochen hat. Er, es war letzte Woche, glaube ich. Obed war sicher, dass der Mann uns zu helfen. Oh, Obed hat immer so gullible. Dieser Mann? War er Name Fisk? Charles Fisk? Wie kann man sich sicherer sein, dass alles auf der Eiland Schadow? Ich weiß, dass du meinen Sohn verhörst. Nein, nein, du hast mich alles falsch gemacht. Geh zur Bibliothek und brenn es alles. Lass die Flamen dieses hellige Ort purifieren. Aber was für dich? Ich bin bereits tot. Geh zur Hölle! Ich meine, wir könnten das auf jeden Fall ohne Probleme in Flammen aufgehen lassen. Also wir hätten auf jeden Fall einen Leiter dafür. Das alte Kloch hat immer noch lange Zeit geführt. Okay. Aber sonst noch irgendwas mit ihr? Ne, ne? Das ist keine... Das ist keine Kloch, das ist eher eine alte Lady, weil so in Ordnung. Wahrscheinlich auch schon still for a long time. Okay. Schauen wir mal durch, ob wir hier noch irgendwas haben. Hier ist was. Wir brauchen den nächsten Kamera-Angle eventuell anscheinend. Das... Ja, okay. Das war der Lichtschalter. Haben wir hier schon? Wahrscheinlich schon. Ja. Das habe ich schon versucht. Okay. Schauen wir mal, ob wir hinten noch irgendwie was an Türen haben. Das Game ist ein bisschen sehr obsessed allerdings mit Keys. Und Türen. Aber... Ist ja... Ist ja nichts verkehrtes. Ähm... A crate containing spoiled goods. Immer auch mal nach oben schauen. Ist immer eine ganz sichere Angelegenheit. Ah, du fuckface. Reicht's aber auch mal. Mein Gott. Kann man das Ding wieder anzünden? Ne? Okay. Ah, okay. Schön, dass wir auch einen Tür-Sound dafür haben. Wir werden jetzt zwei... Okay, jetzt sind sie wieder lockt, komischerweise. Also wir werden zwei Türen, die wir noch lockt hatten. Jetzt sind sie immer wieder lockt. Dann muss ich ihn aufbauen. Dann muss ich ihn aufbauen. Dann muss ich ihn aufbauen. Ich muss ihn aufbauen. Und dann muss ich ihn aufbauen. ... Allright. No mines. Ich bin in der Bibliothek. Es ist großartig. Nicht etwas zu bemerken. Es hat wahrscheinlich Geschenk. Denkst du wirklich, dass ich nicht die Unterschiede zwischen einem Pulp-Novel und einem Elsevore-Edition? Einen Elsevore? Ich hätte nie gedacht, dass solche Terme Teil deines Vokabularies waren. Oh ja? Also keine Angst. Ich bin voll von Überraschungen. Überraschung. Elder Scrolls 4 Oblivion. Da oben blinzelt irgendwas. Wir hatten auf jeden Fall ein Puzzle. Das war in der kleineren Arbeitszimmer. Das war ein interessanter Kamera-Angle hier. Okay. Ich habe nicht Zeit, um zu lesen. Vorhin schon. Journals, ja. Normale Sachbücher. Sag ich doch. Neu... Sie haben es... Also... Ne? Ist gut. Es gibt hier extrem viel... Bei creating the Morton Oil Company on March 23, 1889 at the age of 37. Okay. Ähm... Aber sie haben es ein bisschen übertrieben mit, ähm... Büchern. 49 Seiten? Really? Überlegt mal das in... Resident Evil. Ich meine, ja, wir haben die Diaries und so weiter. Aber die sind meistens so zwei Pages, wenn es hochkommt. Das sind 49 Pages hier. The fuck? In 1874, Archibald Morton was born, the only child of Richard Morton and Susan Chalmers. The youngest daughter of Lord Chalmers. Okay. Young Polynesian men and women in the... In the hold of a ship. Ich habe er zum Glück alles aufgenommen, von daher... She nevertheless gave birth to his son in 1899. Okay. Da ist ja wirklich alles dabei. Ein Beispiel ist der Verkauf von seinem Sohn, Howard born in 1931, zu Lucy Dogen. The horribly mutilated body of the... of one of the guests. Ja, wahrscheinlich für... Wahrscheinlich für, äh, hier die Sacrifices, von denen ja die Rede war. Manchmal setzt er mein Controller ein bisschen aus. Liegt, glaube ich, am Programm allerdings. Ich dachte mal, okay. Die haben es sehr clever gemacht. Ich kann also nicht, ähm, die ganzen... Oder doch? Nicht in hier Ebene 2 und 3 und so weiter gehen, aber... vielleicht doch. Mal sehen. Wir haben auf jeden Fall noch eine Tür. Die wird wohl dann irgendwo in einem, äh... Ja, in einem höheren Stockwerk anscheinend sein. Ich schaue mal kurz das Licht aus und schaue mal, ob... Ob sich dann irgendwas zeigt. Ah, guck mal hier. Okay, machen wir es nicht mal wieder an. Erstmal... Wie hab ich denn die Le... Leiter? Die Treppe nicht gefunden gerade. Bin noch einmal außen rumgegangen, dachte ich. Naja. Oder ist die Treppe nicht da, wenn ich das Licht an hab? Das war natürlich mein Fuck. Moment. Box of Rockets. Team Rocket Blasting of Again. Wahrscheinlich für... Die hier. Können wir reloaden? Ne, 5 fürs Maximum. Gotcha. Gotcha Machine. Hier haben wir in dem Fall noch keinen... Nope. Es könnte eins von den... Moment. Haben wir... Haben wir... Consult. Das hier. Ja. Okay. Okay. 1889. Ne. Irgendwas an Nummern, aber ich glaube eher weniger. Ja. Okay. Ich werde mal durchschauen durch die ganzen Dokuments. Vielleicht haben wir ja... Ähm... Oh! Oh! Ja, climb the ladder, please. Thank you. The fuck? Alright then. Äh, aber ja. Ich werde mal durch die... Geht sie echt nicht weiter? What? Okay. Ähm... Ich werde mal durch die Dokuments durchschauen. Vielleicht haben wir da doch ein paar... Eckdaten. Fuck you. Wie kommt ein fucking Köter hier hoch? Und warum hat er so viel HP? Okay, fuck off. Yes, climb the ladder. He. He. Pfff. Okay. Word? I can see the fort in the distance, but with the naked eye, I can barely see anything. Äh... Alright. Ach, child was saving. Und ne Falltür? Hm, Moment. Gut. Wahrscheinlich hier... Irgendwas einsetzen. Kann aber anscheinend nicht nehmen. Ah ja. Schon gut. Oder Zeitpunkt, um zu safen, glaube ich. Ja. Das ist ne gute Idee. Ich rufe. Und ne. Ich rufe.